Willkommen zurück Leute zu Xenoblade Chronicles. Seid ihr bereit für das nächste Kapitel? Also ich ja, also starten wir mal. Im letzten Part habt ihr gesehen, dass die Mechons 9 angriffen. Und jetzt geht's live weiter. Wir haben eine große Mechons, 10 Kallarien und eine Unbekannte Angelegenheit. Ihr Idiot. Warum haben Sie das hier gesehen? Weil sie auf uns waren. Wir haben alle Mechons 10 Kallarien. Was ist passiert? Respond. Anti-air Batterie ist 1 zu 3. Warum sind meine Angelegenheiten online? Nicht ein einziges Mal in die Kolonie. Was? Assemble alle, die zu kämpfen. Evacuieren die Soldaten. Geben Sie die Soldaten. Fangen Sie an! Fangen Sie an! Was? Wartiere sind wir an? Was? Was? Was für ein Mechons nicht? Wir haben, einen auswärts? Ich habe nie gesehen eine von einem. Das ist die Aufmerksamkeit. Ihr Schwertert! Er steht aufmerksam! Fangen an! Sie kann den Arten? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir gehen! Komm, wir können uns halten! Wir haben nie eine Chance! Wir sollten es okay sein, wenn wir so kämpfen. Yay! Ja! Werden das Stülpen? Yay! Ich hoffe, ich bekomme das Set. Zwei Teile fehlen noch. Ach, du bist auch wieder da, okay. Zuerst nochmal schnell die Items entsammeln. Und jetzt... Cutscene! ... 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 Let's get to the lab! The lab! Of course! The Monado is there! Exactly! The Monado can take out Mekong! So und jetzt heißt es flüchten, ja! Am besten kann ich von denen gesehen werden. Ah, Mist! So, du drehst dich sicher um, oder? Ja! Nochmal gut reagiert. Oh! Nein! Weg hier! Weg hier! Weg hierine Weirdine Get blasted, Mekong ! Tu denkst du wーテry sch ripen?! The colonel! The guys! godly Cut your Raum! Run! und ich zie dich selbst! Was the hell are you? A Macon with a face! You're in a knee, will you? Betrayal! Betrayal! What? You didn't even dent it! You didn't even dent it! You didn't dent it! You didn't dent it! The air is burning! And it will be the next cut to happen! You didn't dent it! You didn't dent it! You didn't dent it! You didn't dent it! The colonel! The guys! I'm gonna destroy every last one of those damn Macon! Look! The entrance! No! We'll never get in there now! Wait! Let me think here! Huh! Right! The aura! There's still the mobile artillery! Right! If we recharge it with those ether cylinders we collected, we can blast our way in! It's in the residential district! Great! Alright! This is it! Time to avenge the colonel and the boys! We can't do it! You're a thief! It's in the middle of the city! You're a thief! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das kann heiter werden. Wirf ihn um! Wirf ihn um! Wirf ihn um! Wirf ihn um! Nein! Nein! Ja, gerade noch so! Wirf ihn um! 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 Zu spät! Seine Technik muss ja auch noch aufladen, also... Wirf ihn um! Wirf ihn um! Wirf ihn um! Wirf ihn um! Also dauert das eh mal eine Welle! Wirf ihn um! 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 Du bist der letzte Gegner! Wirf ihn um! 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 Ja! Jetzt bist du down! Hast du Angst dass es sein! ka? Denkst du mit ihm! Wirf ihn um! Wirf ihn um! Wirf ihn um! Wirf ihn um! Der Monado. Sorry, I kept you waiting. Down, back. Whoa, yeah. The Monado. So this is what you want to hold. I thought so. This is what I was waiting to see. Ready, lad? Dun-Ban is dabei. Yeah, jetzt heißt es Mecker und Geschnetzel. That's all, der Mon's beat there. Dun-Ban. Get in there. Yeah, nice going. Danke für die Verzauberung. Jetzt können wir auch stark machen. Dun-Ban. You're awesome. Well played though. I mean, just one more left. I'm the best. Man, what a bunch of Jokers. Nice one, Dun-Ban. You didn't waste any time on their Mecon. Shulk, where's Fiora? The residential district. We said we'd meet her there. Looks like we'll have to take the long way around. All right. Then we cut through the commercial district. Yes. Yes. Father, you're welcome. Also, baby. Hopefully. Hmm. Ah. 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 Ok, in den langen Weg rum. Dranen. Einmal dich. Und dann wollte ich dich noch. Und dann dich noch. Ey, das ist ein Mann. Danke. Uh, eine spezielle Truhe. Drehachse, ok. Leder Top, aha. Danke für die Verzauberung, Dampen. Jetzt geht's rund. 7.41 Schaden. Die tun mir schon richtig leid. Jägers Stulpen. Aha. Was sind jetzt andere? Mit einem Sockel darin. Aber ich glaube, ich habe noch, ja, noch nichts. Leder Top. Da kommen zwei weniger. Schwimmhose. Gott, nein. Dann doch lieber die. Festfußschutz, ja für wen? Ja. Da. 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 Und. Da. Da. Na doch nicht, aber jetzt. Abspuff Regas Schmuck. Nice! Ja, die ist sogar noch besser und deswegen kann... Ja, die Leidkappe bekommen. Okay. Apropos war der jetzt wahrscheinlich eine bessere Waffe. Hm, nein. Wenn man von ihnen einen Fägersteil bekommt, dann... Es wird nur eines. One-Hit. Vielleicht bekomme ich ja jetzt noch die komplette Regas-Rüstung. Das wäre geil. Du hast nichts zu melden. Du bist One-Hit-gefährdet. Du bist One-Hit-gefährdet. Du bist One-Hit-gefährdet. Du bist One-Hit-gefährdet. Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? Du hast noch nichts. Immer noch keine spezielle Truhe. Da sehe ich noch jede Menge auf der Karte. Da oben ist noch einer. Dann da hinten drinnen. Ja, das bist du. Haha. Ich habe keine speziellen Truhen. Du... ...und du. Und du. Ach komm, ich müsste irgendein Kroner heilen. ...jemand eine spezielle Truhe. Immer nachher nochmal eine Truhe. Da hinten habe ich einen gesehen. Wo ist jetzt so schnell hergekommen? Wir suchen uns auch noch her. Ja, da ist ein spezieller Truhe. Soldatenpike. Okay. Nicht das, was ich wollte. Gut. Hm. So. Ich habe nur trotzdem die letzte spezielle Truhe. Nachdem ich diesen Gegner besiegt habe, beende ich den Part. Oh Gott. Keine spezielle Truhe. Schade. Na ja. An dieser Stelle sage ich jetzt mal tschüss. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Meckern Geschnetzel. Tschüss.